Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, in der letzten Folge haben wir... Warte mal. Ah, da. Ne, stopp mal. Ich glaub, ich brauch' ich gerade noch nicht. Doch, ich brauch' ich schon. Stopp. Sorry. Ähm. Haben wir ja das neue Gelände eröffnet. Das war der hier, ne? Geschäfts- und Landenanrichtung. Perfekt. Wie, wann? Achso, es ist Sonntag. Jetzt hat der zu. Problem ist ja, ähm... Äh, ne, warte mal. Biss man, äh, Logistik-Manager. Ah, da muss ich... Ne, Einkauf muss ich gleich gucken. Hier. Lagerstand 8000, 19.000. Ist derzeit mangelweise. Es wird höchstens reingesäuern. In die Getränkedosen. Frische Lebensmittel 20.000. Okay, wait, what? Einmal noch kurz das Taxi aufhalten. Man müsste noch zu Taxis rufen können. Das wäre eine praktische Funktion. Weil er sagt, er hat keine frischen Lebensmittel bisher zu erhalten. Der Rest ist schon gestalkt oder sind einfach die Lager voll? Ne, sind sie nicht. So, warte mal. Äh, zack. Logistik-Manager, Kollege, Ziel 2, was schon frisch. Eiscreme hat 0 im Lager. Hier kann ich gar nichts liefern. Hier hätte ich frische Lebensmittel auf Lager. Ich habe gesagt, 3500. Ja, vielleicht muss ich die Lagermenge noch erhöhen. Das könnte eins der Probleme gerade sein. Äh, hat aber der Kollege heute offen oder bin ich heute einfach sozusagen out of game? Er hat offen. Super, dass du da bist. Ich brauche dich mal kurz. Wir werden jetzt nicht schnell nochmal vier Lager kaufen und dann vielleicht nochmal vier Lager, je nachdem, wie gut uns die... wie wohl uns die Zeit gesonnen ist. Und dann je nachdem die Tage auch schauen, dass wir mal uns größere Transporte und alles zulegen. Schau mal. Wie als ob er auf uns gewartet hätte. Perfekt. Aber ich muss jetzt damit rechnen, dass der Ball zumacht. Wir brauchen am Montag die Lager auf jeden Fall. Platzieren. Rotate. Lagerbestand. Besser, wir machen hier mehr rein als das man bräuchte. Dann haben wir es einfach immer in der Hinterhand. 15 Uhr, das sollte noch funktionieren. Dann sollten wir genug Lager haben, damit der Ladenreintasche das Wochenende auch läuft, wenn der wirklich großen Anlauf kriegt. Ich werde hier auch schauen, dass wir den einfach voll bestücken. Direkt mit Mitarbeitern, mit Reinigungspersonal und, und, und. So, wo ist mein Glück? Where is my luck? Dann laufe ich mal Richtung U-Bahn. Ich hoffe einfach, dass mich ein Taxi von hinten aufholt. Dann halt nicht. Da... Ja, genau. Boah. Aber jetzt kann ich auch mit der U-Bahn fahren, weil die U-Bahn kommt genau daneben raus. Wir fahren mal 178.000. Rein theoretisch könnten wir wahrscheinlich sogar einen großen Transporter uns besorgen und mit dem Kleinen uns dann nur noch drum kümmern. Wir brauchen ja noch mehr Läden, wir brauchen ja noch mehr Läden, um unseren Profit zu steigern. Hier kommen sie immer. Also hier ist eine Ecke, das ist der Wahnsinn mit Taxis. Das ist brutal. Ja, Taxis sind teurer, bla bla bla, aber ich finde es angenehmer. Einfach, weil du bis vor die Tür fährst. Eiscreme ist gelagert, das ist alles super schön. Wir brauchen nur noch Mitarbeiter. Die Frage ist, ob wir die gleich auch trainieren dann noch. Zack, Lagerbestand kontrollieren. Ja, ich tue die zwei Städte relativ weit auseinander platzieren, aber normalerweise, also in real life lässt sich ein bisschen Platz dazwischen, wenn du vor allem sowas wie große Ressourcen hast, wie Kisten und sowas, einfach damit du gut rangieren kannst. Also das ist natürlich ein Roboter, der genau den Platz braucht nur, aber jetzt haben wir hier genug Lager für die nächsten Tage. Morgen sollte das geliefert werden, was wir benötigen. Das passt doch gut. 19 Uhr. Wir sind gut dran. Wir gehen schlafen. Morgen sollten wir hoffentlich die ersten Anfragen bekommen für Mitarbeiter. Hier unten habe ich immer Pech mit Taxis. Das ist der Wahnsinn. Ich bin ja echt gespannt. Ich hole davon. So eine scheiß Rolle. Na gut, es geht scheiße. Ich vergesse immer, dass ich mit der mittleren Maustaste sozusagen dann das auswählen, dass ich mitlaufe. Das vergesse ich jedes Mal. Also, ich sollte. Ich will da hinfahren, bitte. Fresch und frisch süß ist. Geschlossen hat noch keine frischen Lebensmittel drin. Alles gut. So. Schulten, Moor werden wir vielleicht auch mal neues Personal besorgen. Gut, was ich eher gerne mal gucken würde, wäre Persona. Gesamtvermögen 185.000, fast schon eine Million. Äh, nee, mein Employees, weil es vielleicht Kandidaten habe ich noch keine, kriege ich hoffentlich dann morgen. Dann gehen wir aber jetzt dann schlafen, würde ich sagen. Und schauen, was am Montag passiert. Wir schlafen mal bis 8. heutiger Umsatz 19.000, nicht schlecht. Jetzt erstmal frische Lebensmittel knabbern zum Frühstück. So, jetzt ist alles geliefert worden. Jetzt ist Lager bummvoll. Perfekt. Den Auftrag habe ich aber schon gegeben, ne, mit dem, mit dem Personalleiter. Ah, nee, äh, Headhunter. Ne, müsste ich doch bald echt welche bekommen, oder? Hoffentlich, oder such die im Nirvana. Ich laufe mir, jetzt hätte ich mir mal so einen E-Scooter nehmen können, Mensch. Müsste ich jetzt endlich hier irgendwo in der Nähe sein von dem, wo bin ich denn ganz schwer? Ich glaube, ich laufe richtig. Genau, hier ist der Laden und hier ist unser. Richtig, ich laufe richtig. Denn ich würde noch mal gerne ein paar große Lager kaufen. Anscheinend reichen hier unsere Lager nicht aus. Aktuell schaut es mit dem Geld auch nicht so schlecht aus. Da können wir vielleicht nochmal 20.000 daran kaufen. Wir müssen halt jetzt darauf warten, dass sie uns Personal liefern. So, da waren die Kassen. mir fehlt noch so die Option, dass du dir Sachen liefern lassen kannst. Du sagen kannst, hey, ich habe eine Großbestellung von der und der Einrichtung. Bräuchte die bis morgen bitte liefern, oder so. Das finde ich, wäre noch ein... Wo ist das Taxi gekommen? Hallo Taxi-Gebiet. Ah, die sind unterwegs. Nee, er steht da. Alter, wie voll. Mach ich nur mal kurz wissen, wie weit auseinander habe ich platziert. Drei. Bedeutet die Reihe so. Wir brauchen einfach Tonnen Ressourcen. So schaut es aus. Und wer Tonnen Ressourcen braucht, der braucht eine große Lagerhalle. Wahrscheinlich könnte ich von hier aus quasi auch selber meine Fahrten erledigen. Aber das ist doch langweilig. Jetzt haben wir Mitarbeiter. Jetzt sollen die auch dafür arbeiten. Der Laden ist jetzt quasi eröffnet. Ich will überlegen, ob wir, nachdem wir nochmal die Runde jetzt schnell gelaufen sind und alle das reingebracht haben, ob wir schnell schauen wegen dem großen Transporter und dann das Fahrzeug tauschen. Weil warum nicht, sage ich euch. Warum nicht. wir können es einfach machen. Ich bin dann vor allem gespannt, wie viel der neue Laden bringen wird. Wenn wir den voll ausstatten, Mitarbeitern, Marketing hochfahren. kann ich mir gut vorstellen, dass wir damit auch nicht schlecht Geld machen können am Ende. Können wir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass das Geld nicht allzu schlecht sein wird. und schau dir mal an, wie voll das Lager ist. Das passt ja vollkommen. So. Cool. Habe ich hier schon eins platziert? Ne, ich habe hier alle relativ gleichmäßig. Zweite Nummer Wissen. Also rein theoretisch lasse ich hier wieder so viel frei. Bedeutet hier, dann hier. Bedeutet, eine Wandreihe geht sich dann gar nicht aus. Aber ist rein theoretisch auch wurscht, wenn ich hier in der Mitte zwei platziere. Gibt das auch. Bedeutet, dich platziere ich jetzt hier. Gut. Bedeutet, wir können eigentlich dann noch eine Bestellung Eiscreme machen. Dass ich aber auch zum Beispiel unserem Einkäufer nicht sagen kann, hey, wir brauchen immer so viel auf Lager, so viel, so viel, so viel. Sollten wir schauen. Zu den Preisen einkaufen, wenn es geht. und er kümmert sich drum. Sondern ich muss ihm sagen, hey, wir brauchen jetzt wieder das. Logistikmanager, nee. Einkäufer war es. Einkäufer, gut. Lagerbestand sind 7.000 hier. 14.000, 14.000. Du weißt was, wir kaufen von dir noch 5.000. Von dir auch noch 5.000. Getränkedosen. Ach, ja, da haben wir weniger. Da kaufen wir noch 15.000. 17.000 gleich nach. Eiscreme, das passt. Da brauchen wir Tonnen. Von den Typen brauchen wir noch ein bisschen was. Wollen wir drauf eine Bestellung? Dann sollte das passen. Gut, ähm, genau, ich wollte wagen. Lkw-Scharme. Dann nehmen wir doch gleich das Fahrzeug hier und fahren mal vor. Das müsste er hier gewesen sein, der die großen Transporter bietet. Genau, hier ist sein schön großer Freund. Kosten 98.000. Okay. Das können wir uns rein theoretisch leisten. Die Frage ist, ob ich das jetzt mache. Jetzt muss ich gerade wieder nichts fahren. Weil aktuell haben wir die zwei Läden, die wir versorgen müssen in der Rastkammer. Die, die, äh, nennen wir es mal Kleidung. Kann ich mit euch reden? Ne, schade. Wäre cool gewesen. Wenn ich mit denen so einen Deal machen könnte oder sowas. Leihvertrag von den Transporter. Einen Kandidaten haben wir. 82% Kundendienst, Vollzeit, Stundenlund 32. Vollzeit ist kritisch. Keine Reinigungsschichten gut zu haben, keine Spätschichten gut zu haben. Ne, das wäre schon einer. Handeln. Wir warten mal ab. Ich könnte ja rein theoretisch mal bei der, einfach damit wir schnell ein paar Leute rankriegen. Äh, Telefon, äh, wo ist Kontakte? Ich habe doch noch meine Personalgruppe. Unternehmen. Oh, warte mal, da wartet der Hund vor der Tür. Gib mir eine Sekunde. Oh, ne? Anna, ja, hi. Der Hund wollte rein. So, ähm, ich würde City Workforce anrufen. Und ich bräuchte bitte für Resch und Fresh Süd. Aha. Dann rufen wir doch Recruitment Group hier an. Und ich bräuchte Reinigungsmann. Vollzeit. sechs Kandidaten. Das tun wir bestätigen. Und dann kriegen wir morgen von denen die Lebensläufe. Das sollte doch ganz gut passen. Das sollte sehr gut passen. Und dann würde ich aber sagen, dann war es das für heute, denn wir sind schon 60 Minuten rum und wir werden uns morgen die Personalsachen noch anschauen und dann das Ganze finalisieren. Also, bis dann. Ciao. Ciao.